Bündnis Erich Honecker. Die Partei mit einer Lösung für jedes Problem. Klimawandel. Erstens, vollständige Einschränkung der Reisefreiheit. Dies führt zu einem drastischen Emissionsrückgang. Nahverkehr. Verstaatlichung der Automobilindustrie. Die deutsche Automobilindustrie baut zukünftig nur noch ein Modell. Den neuen Trabant Nuklear. Klein, kompakt und mit unbegrenzter Power. Wer braucht schon Elektroautos, wenn man Kernenergie auf vier Rädern haben kann? Migrationsdebatte. Eine Mauer um ganz Deutschland. Aber eine, die Zusammenhalt und Fortschritt symbolisiert. Denn wir schließen niemanden aus. Wir schließen alle ein. Deshalb für Frieden, Freude und Zukunft. Bei der nächsten Wahl Bündnis Erich Honecker ankreuzen. Rauwärts immer, rückwärts nimmer. Rauwärts, Rauwärts, Rauwärts. Rauwärts, Rauwärts, Rauwärts.